Hallo meine Lieben, ich bin heute wieder unterwegs im wunderbaren Pieptal, genauer gesagt von Matra in Schöfens. Wir sind von Matra aus über Schöfens zum sogenannten Zunter-Seigangen und gehen jetzt wieder über St. Michael-Retour. Es hat die letzten zwei Tage wahnsinnig schnieben, zwar nicht so extrem viel wie am Alperg, aber wir haben trotzdem eine Lawinenbahn Stufe 4, 105. Dailingskala und deswegen haben wir uns entschieden, heute mal ein bisschen entspannter das Ganze anzugehen. Wir bleiben unterhalb von der Waldgrenze. Es ist wirklich brandgefährlich. Wir haben es gesehen in den Storys von Stefan Gander, aber genauso von der Tiroler Bergrettung, wie schnell einfach ein Schneebrett losgehen kann. In diesem Sinn hoffe ich, dass ich die wunderbaren Wintererlebnisse bald mit dir teilen kann, auch wenn der Optimismus schön langsam schwindet. Es wird immer wieder nach hinten verschoben, der Öffnungstermin. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In diesem Sinn, wir genießen in der Zwischenzeit die wunderbare Winterlandschaft im Wipptal. Bis bald. Servus.